Ja, hallo zusammen. Wir sind jetzt hier in Rom angekommen mit Leuten aus ganz Europa und aus USA, Brasilien. Und wir dürfen heute Abend Night Fever feiern in der Anima. Wir freuen uns sehr, wenn ihr dazu kommt. Heute Abend 6 Uhr bis 23.30 Uhr Night Fever in der Kirche der Deutschen. Seid mit dabei. Internationaler Gottesdienst, internationale Stars, Sänger, Gruppen. Das ist ein richtiges internationales Night Fever Weekend hier in Rom. Heute Abend auch auf unserer Homepage. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Ciao.